ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Schau hab ich die Felder gelootet Der echte Flo left the game, warum das schon Was ist denn los? Guck mal, oh mein Gott, das sind Eis-Zapfen Oh, da waren Eis-Zapfen Wie ist das da? Oh mein Gott, ich hatte Blue Sky Ah ja, wir sollten sagen, willkommen zu Rise of Empires Ach kommst du früh drauf, Alter Minekraft Minekraft Hexid Hexid, Mixid Wir sind zehn Leute eigentlich insgesamt Und ihr dürft dazukommen, wenn ihr wollt In den Kommentaren Eis-Mies Genau, ihr könnt euch In den Kommentaren auf Fans guck ich nie Also da kann ich schwer beobachten, bleibt Werner, ich weiß es nicht Fans gibt's gar nicht mehr Ach gibt's nicht mehr Die wurden aus Minekraft rausgenommen Und jedenfalls, ihr könnt euch halt bewerten, bis zu 18 Leute dürfen hier 18 oder 24, weiß gar nicht mehr Leute dürfen in diesen Projekt rein Boah, guck mal, hier sind Stalag-Titchen Mann, bei mir lag alles Das ist so hässlich, Mann Hallo, komm her Ich zeig dir Titten Was? Komm mal her, guck mal, hier sind Stalag-Titchen Jo Oh, du weißt sogar den Unterschied der KZ Jaha Ihr dürft euch übrigens aussuchen bei mir Ob ihr mit Shader-Mod wollt Oder halt mit... Oh Könnt ihr bei mir aussuchen Also eigentlich könnt ihr bei mir gar nichts aussuchen Ich mach was ich möchte Ey guck mal, hier sind blaue Pilze, Alter Ich glaub ich kann nicht rauchen Ah, habt ihr Start-Equipment? War Pablo Ja Ja Hö, da kommt Hö, da kommt Da kommt Closturn raus Oh mein Gott Richtig professionell hol ich mir jetzt Was hast du dann für Start-Equipment? Ähm, ganz, äh so, so Steinwerkzeug halt So Alles? Ja Hö, Moment mal Oh, brauch ich so... Alter Oh, Junge, Alter Als ob's hier schon Diamanten sind Hä, was ist das denn? Das ist, äh, Minecraft-Hack-Set Hä? Aber das war doch damals nicht so Hä, gibt's hier auch, äh, Tinkers-Kanz-Struck? Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir machen Russ hier! Wir machen hier das russische Volk Was ist unser Ziel jetzt? Ui Alter, das ist Widerkraft Also ich kann's euch erläutern Warte, ich mach das jetzt auf einer anderen Webseite an Wo bringt's Music-By-Vex-Sento bei mir Ähm, so Musik-By, keine Ahnung was Guck in die Beschreibung Kann sogar sein, dass da gar keine Musikquelle steht Wenn das die... Das die Musik ist, die... Hier sollte vielleicht noch ein bisschen Musik reinstecken Ach, ehrlich? Wow Also... Psycho-Benutzte Musik Jo, stimmt, hier gibt's ja auch diese... 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 Diese Kiesel... Äh, Eis und sowas Ja, genau Geil So So, Projekte... Rise of Fire Ich hab mir... Ich hab mir keinen Ratepoint gesetzt Äh, ne, ich hab gehofft, dass du's hast Oh, hab ich... Ich kann sehen, wie lange ich schon aufnehme Also ich sehe nur, wie lange die Mikrofonaufnahme ist Aber die hab ich schon vorher gestartet So, ähm... Eier, eine Projekt... Also die... Alle Informationen zu dem Projekt findet ihr bei mir unten in der Videobeschreibung Haha Jo... Da ist ein Link... Boah Da ist wernus.tv Der erste Link in meiner Beschreibung, Leute Also, ich kann euch hier auch den Link vorsagen, falls ihr sie mal vergisst Wernus.tv Slash... Äh... Projekte slash Rise of Empires Ich hier... Hier... Schieb ich so weg Wie die ersten... Machst du wieder Werbung? Jaja... Aber das ist... Das ist Werbung für uns alle Meine Süßen Guck mal... Was sind die für komische Pflanzen? Ach, hier sind Timbers drauf Was ist das? Hexical Engine Warte im... Hä, was? Hast du schon ein... Hexical... Ist das schon ein blaues? Ja! Gib her... Gib... Das ist meins Das ist meins Das ist meins Wo bist du? Fick dich Die brauche ich Ey, der, der hat mir das... Ey... Doch, ich hab eine Ich wusste nicht mal was das ist Wie mit dir wohl diese OP-Rüstung machen kannst Jo... Meins Nee, komm... Ich geb's denen, der mir das Beste bietet Ich geb dir 3 Ich geb dir mein Schwanz Bah... Ich war das Beste, nicht das Schlechteste, Alter Sind wir nicht ein Team oder so? Ja, wir sind doch eher ein Team Das ist meine Hütte Ja, wir sind auch ein Team, aber... Am Ende der... Oh, warte... Oh, Junge, Alter Big Deal, Alter Leck Wir spielen übrigens... Die ersten 3 Folgen... Nein, warte... Doch... Nee... Heute ist noch alles auf easy Und ab morgen ist der... Der ist noch nicht nur auf easy Da kommt kein Monster 4 Lock? Was ist das denn? Ah, jetzt kommt Ich hab 4 Lock Was ist das? Ich hab mir eine Schaufel damit geschrottet Baut ihn einfach zu, weil... Die könnten wir noch richtig gut gebrauchen Minicraft abgestürzt, haha Minicraft 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 Bei wem? Bei Morten? Nein, nicht bei Morten Aber das ist auch gelieft Oh, dann ist bei Morten Minecraft abgestürzt Na gut Jan, wo bist du? So, ich bräuchte mich jetzt essen Wo bist du, Jan? Ich geb dir die... Ich bin jetzt in der City, äh, etwa beim Spawner Ich geb dir die Hexical Essence, wenn du mir... All dein Eisen gibst Ich hab jetzt nur dieses Teile hier Wieviel hast du denn überhaupt? Sechs Stück Hab von Iron Man Nein, dann... Geh, nö, dann bald Mann, der ganze Server lag Mindestens 15, Alter Junge Das ist ja... Ja, bei mir lagts jetzt grad auch... Äh, nö, jetzt geht's mit... Materials and you? Ja, ich kann auch nicht, das ist wirklich cool oder so So, ich brauch mal eine schöne... So, ich hab da Holzansparner gebaut Oh, warte Guck mal, ich hab jetzt schon Eisen, Alter, was ist denn los? Irgendwie merk ich jetzt schon, dass es langweilig wird Hä? Wir machen hier einen auf, auf... Dings Auf... 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 Wenn ihr wollt, Leute, ihr könnt euch das auch suchen Ja, Techsharpack gibt's dann irgendwann mal Wenn ich Bock dazu hab Ne, Techsharpack hab ich keinen Bock dazu Zum Beispiel Ich hol mir wahrscheinlich das... John Smith, weil das passt ganz gut zu diesem Thema Ja, das stimmt, da hab ich auch schon dran gedacht Aber ich werd mir keinen Techsharpack holen, weil ich jetzt extra das Shaderle für geholt habe Shaderle Faisle Das Zeus Ultra spiel ich jetzt, warte Das Zeus... Zeus... Zeus hast du... Das Zeus V10 Ultra RC7 Zeus Das ist Zeus, meine lieben Herren Achja, wir spielen Hexe jetzt, das wär vielleicht noch interessant Das hab ich am Anfang schon gesagt Ne, oder... Bei mir laggt der Server richtig schön bei mir Also mein Intense lag grad, die seh ich grad Oh Ich hab einfach keine Axt mehr, weil ich die mit einem Baum geschossen hab Ist der Server auf jeden Fall, find ich Also bei mir zumindest das Ah, hier ist ein Crafting-Table Warte, ich überprüfe das grad hier aus Hoffentlich kann man das... Ne, beim Server ist eigentlich alles normal Schlitter jetzt Oak-Bessie-Craped Ach, damit kann man auch Holz machen, okay So... Hallo, meine lieben Minecraft-Freunde Das geht schon besser Äh... Ich brauch Stein Ähm... 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 Warte... Ähm... Hey, der hat mir meine Bar geklaut, alter Hat jemand mit in den Cave? In den Cave, ne, geh ich jetzt noch nicht Warum? Kann ich irgendeinen draußen Beschlag nehmen hier? Pfff... Die Kirche oder so? Will jemand die Kirche haben? Oh, Diamanten Das ist noch nöt Also... Hat wer eine Worldband schon? Ja, der steht da in der Stadt rum Ähm... Die Kirche gehört mir, hab ich jetzt entschieden, ne? Hä? Wir werden doch sowieso nur ja hause bauen, oder? Ja schon, aber fürs Erste, ne? Irgendwo muss ich meine Sachen ja rein schmeißen Ja, also, das ist auch so nötig, das ist auch so nötig, das ist auch so nötig, das ist auch so nötig. Wir sind doch immer im Team, die einfach alle nichts verstehen. Ne, die kriegen meine Sachen nicht, oder? Am Anfang sind wir im Team, später ist es ja... Also, so, warte, ich sollte das im Prinzip sagen, stimmt. Das wird nicht schaden, so wird die Serverleck gelungen. Du stirbst, Serverleck wieder bei mir läuft dann, mir alles komisch. Irgendwie nicht. Fliege wir haben jetzt nicht geteilt worden ich bin wirklich so dass ich da schluss um ein Wettbewerblich schon bereits alter warum sehe ich dann so wenig auch so super professionell so gut mehr auf uns muss was das erwartet wie im Preuß von Morden ja es wird Mike Rottel Minecraft mehr Prozent 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 Königreiche und zwar und ich habe jetzt schon keine Lust mehr Oh, braucht jemand Workbenchers, ich hab zu viele gecraftet. Wusstest ihr das, wenn man... Taltina und Xaurati sind zwei... Wenn man fucking aufbaut, was an das Eis schmilzt. Ja, weiß ich. Dir schenke ich dir. Das ist schon von meinem Kopf seit Jahrzehnten dabei. Na jo. Hey, Jungs! Hast du schon dir einen Diamanten abgerufen? Hey, Flo, 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 Flo! Nein, hab ich nicht. Flo! Ja, jetzt schenke ich dir. Ich schenke ich dir. Äh, ich weiß. Ich kann nicht selber durchbewegst. Ich kann gar nichts gerade. Ja, Jan. Ja, ich hab ein Geschenk für dich. Ich hab jetzt jeden ein Crafting-Table geschenkt, weil ich genau vier Stück gecraftet habe. Ich brauche nur einen. Oh, wie dunkel das ist. Ja, ich mach jetzt den Rudow rein. Also den Teeter. Den Teeter. Abden, entfernen wir aus Siebel raus. Hä? Kann mir jemand vorlesen, was Morten schreibt? Das ABN. Abden. Teeter hast dein... Entfernt bist du auf Siebel raus. Ich bin jetzt tot. Holy crap, halbes Herz. Holy crap. Ja, kannst du mal was weitererzählen irgendwie? Hallo, ich bin... Was? Warte, ich lese jetzt mal. Ich lese jetzt mal. Teeter hast dein Bann entfernt und bist aus Siebel raus. Boah. Hi. Hä? Die Teeter ist vorher frum, ne? Ich weiß, ich war schon so. Muss ich erst mal richten. Ja, mach mal. Weil wir jetzt Nachbarn sind. Im WG. Entschuldigung. WG ist immer nur zu mir. Für mir. Für das zweite Stock, okay? Okay, du kannst im zweiten Stock gewohnen. Ach du Scheiße. Wir teilen uns doch für die Kirche. Oh, geh doch weg. Du wirst jetzt... Wir sind die Waren. Oh. Ah ne, ist Jessen. Okay, der verkauft nur Scheiße. Dann kann ich ihn ja töten. Ne, gib mir jemand was sagt. Oh, hat jemand von euch den Spawner wieder aufgebaut? Was für ein Spawner? Ein Skelett-Spawner. Deine Mutti hat ihn aufgebaut. Deine Mutti-Spawner. Was weiß ich? Weiß geiler. Ah, es ist nachts. So, ich hoffe, jemand bedingt sich an meine Kiste und reiß ich mit die Eier. Oh, der Server läuft gerade flüssig. Oh mein Gott. Der Server läuft... Der läuft die ganze Zeit schon flüssig. Werden das einfach dein Internet... Gar nicht! Mein Internet ist gerade... Du hast Kabel passiv verloren, alter. Ja, das weiß ich auch. Trotzdem habe ich gerade einen Pink45 auf dem TSF, wobei ich sehr froh bin. Ach, das freut mich für dich nicht. Sei mal froh. Ja, ich freu mich auch. Ich bin nämlich scheißegal, du Huren. Wer hat auch nix sehen, alter. Kann noch meinen... Meine... Ein bisschen vergrößern. Hä, wo sind die die, Alter? Ja, komm, du kannst hier auch noch den Dach haben. Kannst hier auch noch das hier haben. Direkt, wenn du in die Höhle gehst. Oh mein Gott. Vom Spawner? Oh mein Gott. Hä, dieses Holz ist voll geil, alter. Das lohnt sich richtig. Ach, echt? Ach, wirklich? Hä, du, ich habe einen Baum abgeboren und das gibt pro Baumstamm... Einen Baum abgeboren? Ja... Das gibt pro Baumstamm richtig heftig, alter. Und ich habe einfach schon zwei Stacks und ich habe da einen Baum abgeboren. Warte, ein Rest-Stack macht auch Licht. Oh, ja. Endlich habe ich Dias. Nix. Cool bist du. Endlich, nach der ersten Folge. Ja, du weißt es mal nicht. So, der erste... Und Show-Off. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt will ich meine Dias. Ich weiß nicht. Ich wollte die Dias abbauen. Ach, da. Oh, danke. Jetzt weißt du, das bringt dir jetzt auch nichts mehr, das Wissen. Doch, genug. Nein! Ich habe keinen bekommen. Gib her! Ja, nimm dir... Ja, nimm dir das Gold. Ja, du hast das Gold bekommen, ich weiß. Das wollte ich aber auch abbauen, aber egal, dann nehme ich das andere Gold. Ah. Hier ist noch genug. Ich hab's einfach zwei Dias. Schon am Anfang. Ach so. Und nicht die Pferdeboxen, ne? Oder generell... Ich sag, Musik beim Xento. Ich find's, die geht übelst geil, die Musik. Ein paar haben aber Copyright, ne? Pass mal auf. Damit kommt das Lied... Xento sind doch irgendwie Copyright, Alter. Okay, Remixes, Remixes schon. Ja, aber seine eigenen Songs nicht. Ein paar auch, wo ein Nicht-Remix dran steht. LOL! LOL! Nein! Hä? Ja! Hätte ich nur zugeguckt. Weiter raus. Hä, bist du behindert? Ich bin tot. Oh mein Gott, alle sind tot! Alle raus, Siebel. Hä? Vor allem, es hat gelegt, dann war ich tot. Bei mir, also. Ja. Richtig schön FBS-Lag. Also... Ich hatte keine FBS-Lag. Aber der Server läuft ja flüssig. Hermes, bist du noch bei der C? Ich nenne ihn doch nicht Hermes, Alter. Als ob der so langsam ist wie der Paket dienst. Kann mich jemand bitte mal porten? Ey, das ist ja... Ja, warte, wenn der Server nicht lenken würde. Der Server lag? Jetzt im Moment gerade nicht? Ja, ich würde deine Sachen... Was ist das? Internet lag, meine ich. Oh Mann. Die Professionell haben wir das bitte gemacht. Du Professionell. Kannst du bitte meine Sachen retten, Alter? Wenn ich 3 Eisen kriege von denen? Oh, jes, Alter. Ich hoffe, ich frisse Gold und mache ihn gekriegt. Wurste wissen, wie man verhandelt, Alter. Nein, warte, ich muss eben kurz... Ich bin eben kurz weg, weil ich muss eben was wegen Internet klären. Oh nein. Ich natsch hier so lange mal rum. Oh nein. Guck mal, schon habe ich hier Gold, Alter. Kann mich irgendjemand bitte schicken? Ich hab keine Rechte. Mach's dir selber. Mach's dir selber. Der falsche Flo. Hauptsache ich ist Igor, wie damals in alten Zeiten. Oh ja. So wird das Gericht. Igor, ne? Igor. Der faggit Igor. Wie lange sind wir hier eigentlich schon? Ich hab ein Freundschaftsgeschenk für dich. Warte mal, ich schmeiß es dir vom Balkon runter. Jan katz mich jetzt bitte Paul. Tue ich nicht, guck mal, ja. Oh nein, warte. Echt, äh. Ein richtig sozialer Sitz. Was? Ein krasser Ball. Überstattest du mir das alles hier? Ähm. Ich schmeiße das alles in die Kapelle. Aber wo hast du's hingetan? Ich hab's noch bei mir, mein Freund. Hast du's mir bitte gegeben? Du Hurensohn! Du Hurensohn! Warum? Warum ist das Gericht, Junge? Er hol einfach ein Gericht hier rein. Wie lange nehmen wir Schnaufloh? 15 Minuten. Mischleinfach 18 Minuten. Aber bei mir nicht so. Ich hab auch früher angefangen. Also Pulver Riser gibt's hier wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das ist Hackset. Ich weiß, ich meine sowas, was eh nicht arbeitet, meine ich. Nee. Mach kurz Raypoint, schicken. Ja, machen. Mann! Der echte Jan rastet wieder. Der rastet wie in jeder Folge. In Russland hab ich dir erlaubt. In Russland hab ich dir erlaubt. In Russland hab ich dir erlaubt. Das ist keine Ausregung, Junge. Doch, ist das für mich schon. Eigentlich nicht. Was willst du denn hier? Oh, okay, der Villager, den müssen wir am Leben behalten. Wieso leckt's bei mir? Der ist cool. Der gibt mir Geld. Leck'n. Oh, Hermes. Hermes. Es gibt mir my items. Okay, die Dinger da unten. Ball along, boah, alter. Ach, den kann man nicht bauen, schade. Nein, ich bin mir leckt alles. Ich krieg noch nicht mal Fallschaden, du. Ja, Leute, gleich kommt's. Flo, wie lange nehmen wir schon auf? 16 Minuten. Ja, dann, wenn ich gleich meine Aufnahme schon. Doch, ich hab gerade. Ah, meine Sachen. Wie nice, so. Da ist es mir jetzt erst mal... Ah, nee, jetzt geht's. Ich will die Kirche mal vor oben angucken. Da baut sie einfach rum. Ja, sorry, aber. Hallo, die alten sind hier nicht. Ganz oben, warum man die russische Flagge drauf hat. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Für dich. Ah, lieber Junge. Jetzt du. Hermes. 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 Der Paketdienst. So, wir haben uns hier versammelt, um für unseren Heiligen Wernus zu bieten. Nein. Bitte um meine Spitzhacke, dass ich sie wieder zurück bekomme. Genau so wie mein Holz. Du meinst die Eisenspitzhacke? Du meinst vielleicht die Eisenspitzhacke? So, ich mach in diesem Part wahrscheinlich nichts mehr. Warte, geh doch weg vorher. Vorher hat er mein ganzes Holz hier genommen. Weil guck mal, also wenn ich das schon nach einem Part habe, dann habe ich wahrscheinlich nicht so die Bedenken, dass es schlecht laufen wird. Hey, geh zum Holz zurück. Holz. Ja. Ne, ne, da, hier bitte. Gib mir den kleinen. Das war so kleine Hälfte. Oh, läuft. Ich hab einfach, warte mal. Hä, wie kommen die Sexten? Ist das F7 oder was ist das? Weiß ich nicht, glaub schon. Ja doch, F7. Wo hast du's runtergeschmissen? Ich hab die gerade versammelt. Halle, ich weiß jetzt hier. Ich hab einfach mit Schneebeln gebrochen. Der hat mich Morten angepokt. Die doch mal weg. So, ich glaub wir müssen beenden. Ja. Ja, cool. Schön mit ihr Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaui meine Lieben. Tschaui. 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 Tschaui.